Wer ist da immer nach der beste deutsche Spieler aller Zeiten? Da gibt es eigentlich nur relativ wenige Kandidaten, wenn man nach Erfolg gehen würde. Beispiel, ich glaube, der war nicht der einzige deutsche Spieler, der jemals in einem Halbfinale von Worlds war. Amazing. Ansonsten kannst du natürlich argumentieren auch für Power of Evil. Aber ich glaube, langfristig wird, glaube ich, der beste deutsche Spieler Kaiser werden. Langfristig. Mal gucken. Er ist noch so ziemlich am Start seiner Karriere. Aber natürlich ist noch ein Unterschied über wirklich den Besten zu sprechen und über Erfolg. Das sind natürlich zwei ganz andere Dinge. Aber oftmals ist Erfolg halt ein ganz guter Indikator für das eine oder andere. Honestly, also wenn du SKT in einem Quarter zu fünf Games zwingst, zum damaligen Zeitpunkt. Auch ein insane Erfolg. Also Power of Evil könnte man auch für argumentieren. Definitiv. Aber es ist halt noch nicht für irgendwas richtig Insanes gereicht. You know? So, was picken wir jetzt? Hier brauche ich eigentlich einen AD-Toplaner. Den Affen. Bin wir gerade gegen Spearshot oder spiele ich gegen einen AD-Carry-Toplaner? Ist das Kaiser-Top? Ich finde, also früher hatte man immer Zeit, wenn man ins Game geladen ist, aufs Klo zu gehen. Aber jetzt war ohne Witz. Bevor Bravado... Das sind einfach neue Zeiten, ja. Bevor Bravado Schalke gejoint ist, bin ich legit immer duschen gegangen, wenn er im Game war. Er hatte dir langsam das PC. Und dann hat Schalke die PC gegeben. Das ist schlecht, du hast dich beschwert direkt. Da konntest du nicht mehr duschen. Das erklärt einiges nicht, ja? Das ist legit so gewesen. War nicht der Einzige. Also Schmiererrell, das war eine Lane und eine halbe, na. Für eine ganze Weile. Nach der Ehe hatte ich keine Motivation mehr. Oh, du bist tot. Ne, ich leb. Was? Ja, wir können nicht. Ich wähle mich so. I'm... 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 Ohne Clans geht es auch so. Die spielen einen Toplaner, Felius, die Gegend. I'm... Und die hat irgendwie einen Dabler bekommen. Ich auch nicht, wie das passiert ist. Crazy, eh. Wolltest du die Zipine, Nova? Ich komme mal zu dir. Ich mach dich lieber. Ich spiele da einfach ruhig. Flash. Flash. Sieht doch klasse aus. Jetzt stell mich auch noch. Ich hole schneller... Hat der Flash? Nein, der hat jetzt keinen Exhaust. Vorsicht, ja. Und die hat meine Form genommen. Das war echt gut. Panthian kommt, Panthian kommt. Mann, Junge! Das ist eigentlich super weak hier, ne? Die hat meine Form genommen. Es kommt noch keine Items. Geht das so? Bestätigung, bitte? Ja, ich habe ihn gehört. Ich habe ihn gesehen und gehört. Aber ich bin out. Guck. Mach keinen Schaden, Level 3. Das ist cool. Die steht hier entgegen. Hey, hör auf meine Waves Farm. Nein, die brauche ich. Kannst du stoppen denn gehen für eine Wave? Oh, Crepo, Junge. Legende. Schmeckt, ey? Let's go, Kenner. Wie du willst. Wir können gleich zurückstoppen. Die Wave steht noch nicht so gut. Kannst du stoppen? Ich glaube, wir können. Ich habe Bord schon hier. Mal schauen, wie der Panth ist. Du willst es wissen, aber... Ja, kein Flash Ignite mehr. Ja. Okay, ganz hier, base. Ja, ich muss wieder zurückstoppen. Passt schon so. Du bist ja so stark. Ja, das habe ich mir von auch gedacht. Okay, spotten wir zurück. Ich gewinne. Oh, ich mache ein bisschen. Ja, Klassiker. Bisschen sprindlich, aber ist okay, glaube ich. Damit ich einmal nicht alleine sprindle. Der macht her, halt. Können wir das hier contesten? Ich kann, ich kann rotaten. Ja, 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 ja. Danke. Die haben unten keinen Verschüsse. Du bist safe. Volkin ist einfach zu gut in diesem Spiel. Ja. Die müssen halt... Du musst halt auch mit irgendjemandem teilen, der die zwei Sekunden CC'lt, weißt du? Ja. Okay, so wie Bobble Eldrack. Das ist der Kombo. Ich bin nicht Solid Snake. Aber Bot den ist fast... Repo, Hilfe! Repo, Hilfe! Nein, ich bin der Red Smite. Das ist ein Hack. Das ist ein Hack. Ich wollte den Affilius antrappen. Hätt ich. Das ist der dümmste Champion in... Also das ist einfach geil. Das ist zu dumm, gell? Red Smite ist zu OP. Das muss unbedingt genug sein. Warte, Bot. Ja, Viego ist aber auch allgemein einfach gut gerade. Der hat auch Schipo. Das war eigentlich nicht so... Ja, der ist so beschriebig. Honestly, war eigentlich keiner sein. Ja. Das macht einfach Spaß. Aber die... Also... Ne, da müssen wir nicht drüber reden. Das ist die OP ist auch... Ein bisschen lächerlich ist schon. Ja, das ist... Smite ist einfach... Es ist einfach zu gut, dass du... Also Red Smite ist echt unfair. ...die Region bekommst, Extroost und Ignite in einem Item. Es kriegt extra... Oh, da hast du drei Mann? Oh, Womitou hätte ich gemacht. Wenn jemand decilt ist, dann jumpst du zu dem hin und machst extra Damage. Okay. Wenn du rauskommst, können wir das spielen. Und auf Knock-Up verlängerst du den Knock-Up-Place. Boah, die Dive... Das ist ja illegal. Ja. Okay, sag mal den Fokus, ja? Ich bin tot. Oh, er ist nicht tot. Okay, ihr habt das, ihr habt das. Ich hätt' geulten können, um den Dash zu canceln von Phantom. Das war ziemlich ung, das ist nicht so cool. Oh, der hat das nicht. Let's W und Peng. Was? Dash? Uh, der Stun von Creponio. Ja, warte mal. Ich warte. Ja. KB ist dann. Komm, 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 komm. Ich sanne. Wow, so negative Vibes, ja. 5 Ulti, wir sind fein. Komm, 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 komm. Nice. Dass der Crepon 7 in der Mitte gegangt hat oder so. Äh, und kann ich BT auch gehen für so'n Tank-Pill? Ja, ja. Das ist vielleicht gut. Aber du bist auf der Movement-Speed. Weiter geht's ja nicht, nice. Das ist zu gut. Na, weiter geht noch. Das ist schwierig. Ich bin jetzt bei mir, war Mittler in OTP, ja. Das ist cool. Das ist ja eh die Katrine. Auch Spin to Win. Die Zyra könnte hier kommen, ne? Muss zurückkommen. Ja. Der hat keinen Flash, Zyra. Der Zyra, die geht oben, oder? Okay. Da ist der Panthea schon. Auch kein Flash. Wir können hier oben vielleicht, ähm... Ich konnte nicht zu durchkriegen. Ich hatte noch Kudon. Ne, ne, ne. Machen wir nicht. Oh, hab der, hab der, hab der. Ja. Beautiful. Oui. Also TFT ist schon einfach. Oui, oi. Das würde ich nicht sagen. Hab ich keine Summe gesagt, wie wir da haben. Ja, honestly. Das ist genauso wie bei Hardstalk. Um ein decent Level in den Spielen zu haben, ist alles, was du brauchst, von guten Spielern ihre Decks zu kopieren. Also, um ein decent Level zu kopieren. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Ich mein jetzt nicht, dass du gut bist, aber decent. So cool. Da geh ich eigentlich die Hohler ausseitig mit, ja. In dem Bereich. Der Flanker fehl ist? Hat der Hundertstippiert, oder was? Der Flanker wieder? Das war gar nicht schlechter. Guck, guck, guck. Kämpfen? Ja. Ich bin low, ja. Der kann mich, der kann mich... Du machst einen Zentimeter vorne. Ich muss eigentlich sagen, dieser Miro macht ja voll Spaß. Ja, ja. Hilfe! Aber die ist einfach nicht gut gerade, oder was? Viel Range ist gerade halb Meter, und da kann ich nicht viel mit. Und lane ist schwer. Du kannst lane Snowball, aber dann carriest du nicht im Game. Das war aber schon cool, weil das ist halt wirklich so... Wenn die Combo gesessen hast, das ist einfach bimpt, okay. Die in Flanker, okay. Und eh. Kämpfen? Jetzt kriegen wir solche gerade Carries, ja. Gea, Gea, Gea. Oh, das ist keine Gea. Das ist die Animation. Okay. Der Weg hat den Gea. Ey, so nice. Die Seite. Wenn die ganzen Boots sich schüllen wollen. Ah, wenn du P von Botlane, wenn du baiten willst. Ja, rein die vielen. Was sieht du baut? Schlicht, genau. Der Ult, ich komme. Länger warten zu. Dann kriegen wir... Ah, ich sauer, aber noch. Wie, tanky ist unser Bart. Wie Buki ist der, ja? Ja, wie Buki ist der, ja? Ja, wie Buki ist unser Bart. Ich hab grad deinen Namen gelesen. Ja. Ja, Lokit war die 64-0-0. Livestillt man denn der Ulti auch? Mit normalem Livestill? Tja, crazy, ey. Machst du alle Treffereffekte? Vielleicht beenden wir das Game? Wann wir uns beenden? Wann wir weinen? Ja, wir werden wir. Ja, wir werden wir. Ja, ja. Stacke für die Gegner. Ich hab noch kein Wender gemacht. KG Kannst ja einfach nochmal picken, soll doch gar nicht so bergauf sein. Ja, weil ich ein Champion mehr als einmal spielen, ich weiß nicht, das ist schon irgendwie uncool, oder? Da wird man direkt als Horn schickt. Du wirst ja sonst nie Samira spielen, also, das ist fein. Man, wahrscheinlich kriegt man auch nicht so häufig so ein Matchup wie Kaiser und Midlane, ne? Und ich habe trotzdem den Early komplett geändert. Alright, gut, weiter geht's. Wir hören uns gleich, meine Häschen. Soooo!